Der Ralf ist jetzt eigentlich fix vor dem M3. Die muss er jetzt haben. Das klingt aber schon gröslich, eben gegen das so ein Glas muss ich sagen. Das ist aber hier nur so ein Sound-Composer, der ist hier irgendwo in einem Raum und der tut so, als gäbe der Sound von unten drüber. Der Ralf ist jetzt nicht so ein Glas. 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 Der Ralf ist jetzt ein bisschen eng. Der Ralf ist jetzt nicht so ein Glas. Der Ralf ist jetzt nicht so ein Glas. Der Ralf ist jetzt nicht so ein Glas. Der Ralf steht mit genauer auf dem Hinblitz. Das war's. 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 Was? Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's.